Ich bin in Tobruk, in einem Boot voller Ersatzteile und Verstärkungstruppen angekommen. Junge Männer, die blind in den Tod laufen. Keiner von denen fühlt sich in meiner Umgebung wohl, was mir nur recht ist. Der Großteil von ihnen wird hier ihr leben lassen. Rommel wurde während der Operation Crusader zurückgedrängt. Dennoch fegen Einheiten der Achsenmächte erneut durch die libysche Wüste. Rommels Unternehmen Theseus begann mit dem Rückzug der Alliierten und der Einkesselung von Städten. Jetzt ist keine Zeit für Taktierer. Rommels Unternehmen Das war's für heute. 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 Das war's für heute.